Einem machen sie weniger Schaden und zu zweitem halten sie weniger aus. Jetzt habe ich denn so Stümper in der Truppe oder was? Das war schon nicht schlecht, ne? Ich bin Erster. Super. Richtig gut. Ich weiß nicht, was deine Gruppe macht, aber offensichtlich sind sie nicht bei dir und haben auch keinen Flaggenträger. Ich renne erst dahin Kick aufs Maul und muss dann wieder hinrennen, ohne aufs Maul zu kriegen. Jäger stehen immer hin und schließlich habe ich mir einen Jäger genommen, deshalb furzt langweilig, ich will da vorne kloppen. Ein bisschen eine Reaktion wie eine Wanderdüne. Wo ist denn, ich sehe überhaupt, wer ist denn, wo der Paladin hier? Ich hab doch die Schnauze sowas von voll, ey! Weiter geht's. Hättest du lieber ein Textrollenspiel spielen sollen. Ja, du hast, du chattest gerade. Was für eine Chattaste aufgemacht? Du bist schon wieder im Chat. Ich weiß nicht, was du da immer machst. Du bist im Chat. Geh weiter. Was machen sie da? Malibuka, ja. Wonach sieht's denn aus, Mann? Geh lieber auf seinen Heiler. Was heißt, geh lieber auf seinen Heiler? Woher weiß ich das? Und weiter, weiter geht's. Och, Mann, das kann doch nicht. Ich will wieder irgendwas sammeln, lieber. Hör auf zu, hör auf zu, ich habe eben noch Spaß gemacht. Ich will wieder auf die Panda-Insel, will ich wieder. Da möchte ich auf dem Seil lang klettern. Eben hat's dir noch Spaß gemacht, als du gewonnen hast. Und jetzt, erste Niederlage, kein Bock mehr. Ja, die Übersicht, wer ist denn Feind und wer ist Freund? Da laufen so viele Eierköpfe rum. Was einen roten Balken hat, ist Feind. Ja, das sehe ich dann auch. Aber dann auch noch Tab drücken auf den und dann den Heiler aber... Naja, du musst ja irgendwen anvisieren. Du musst ja irgendwie zielen. Ja, aber ich weiß noch nicht, wer ein Heiler ist. Die sehen alle gleich aus. Erstmal ist es nur wichtig, dass du Feinde ins Ziel nimmst. Ach ja, aber du hast eben gesagt, anvisier den Heiler. Das sind ja schon die Pro-Taktiken. Du spielst quasi schon Pro-Taktiken. Das ist doch keine Pro-Taktik, ein Heiler zu anvisieren. Du hast den Sieg geholt. Also... Ja? Ja, du warst dabei. Zugefügter Schaden finde ich extrem hoch. Das bist nicht du. So. Kleiner Aufpasser für dich. Antwort. Oh Gott. Lieber Jochenstang, vielen Dank für deine Mail. Ich hab noch nie gesehen. Das hat mich sehr gefreut und mein... Herzerwärmend wäre zu viel wahrscheinlich, ne? Herzerwärmend kannst du ruhig schreiben. Wir haben mehr Zeit. Leider musste ich dir mitteilen... Ich möchte es so ausdrücken, dass es nicht zu sehr unhöflich ist. Thomas sagt aber... Ich brauche dich doch noch irgendwann... Tanks wie dich. Plural? Mehrere Tanks wie dich? Sekunde, Telefon. Oh, meine Frau ruft an. Ja? Du schreibst übrigens die ganze Zeit den Caps. Achso. Ich brauche einen guten Unterstützer. Ich werde mich bei dir melden. Besten Dank dein... Killer Jochen. Und dann packst du noch eine graue Waffe mit rein als Freundschaft. Was genau hat dieser Roman jetzt bewirkt, was dein einfaches Okay Cool nicht auch bewirkt hätte? Die Frage, was habe ich davon, solltest du bei WoW sehr selten stellen. Mach mal Schrägstrich. Played. Nein, das ist eine 7. Du hast wie immer Caps Lock an. Und jetzt müsstest du als allererstes immer als Jäger bei deinem Pet das Knurren ausstellen. Wieso? Weil sonst dein Pet die Gegner wegspottet und der Tank sauer wird. Und was? Das war aber einfach jetzt. Ja, das hat der Tank gemacht. Ja, aber... Du schmierst mich noch aufs Brot. Wow. Du hast es noch gar nicht geschossen. Das ist halt so Slapstick, man. Ja, ich kann nicht schießen. Ja, ich drücke Tab. Tab. Du bist nicht dicht genug. Da ist ein Bogen. Auch da würfelst du das Gold-Symbol. Du hast ja ein Erbstück und jetzt hast du Neat gewürfelt. Ich möchte gerne eine stärkere Waffe haben. Du hast die stärkste, die es gibt. Es gibt viele neue Zuschauer, ne? Offenbar, ja. Hallo, herzlich willkommen. Es freut uns sehr, dass ihr bei diesem hochintellektuellen WoW-Spiel dabei seid. Ja, du solltest vielleicht nicht unbedingt anfangen, da selber zu pullen. Das habe ich auch nicht aus Versehen... Also, das habe ich aus Versehen gemacht. Aber er merkt schon die klassischen Hunter-Sätze, ne? Ja, stimmt. So sind die wahrscheinlich auch entstanden, aber... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.